Unser heutiger Gast, Tade Brezina, ist Verkehrsforscher an der TU Wien im Institute of Transportation Research Center of Transport Planning and Traffic, ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen, Traffic and Engineering. Ein Institut, das früher von dem bekannten Verkehrsplaner Hermann Knoblacher geleitet wurde und schon in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts für eine Verkehrswende eingetreten ist und durch seine innovativen und revolutionären Konzepte Aufmerksamkeit erregt hat. Stadtplanung und Mobilität, also dass Stadtplanung und Mobilität nicht nur für Autos, sondern auch vor allem für Menschen gedacht und geplant werden muss, ist heute sogar schon in die Köpfe vieler politischer Entscheidungsträger vorgedrungen und die Planung erfordert eben nicht nur die Erfüllung technischer Kriterien, sondern befasst sich zunehmend auch mit Mobilitätsverhalten aller Menschen, also auch von den Radfahrern und den Fußgängern, sowie mit Themen wie Sicherheit, Klimaschutz und Lernen. Kennengelernt habe ich Tade durch unsere Aktivitäten bei der Radlobby. Interessierte Zeitungsleser haben vielleicht schon in der Wiener Zeitung den einen oder anderen Artikel von ihm gelesen, aber vielen ist er auch durch die von ihm an der TU ins Leben gerufene Ringvorlesung Radfahren in der Stadt bekannt, die so viel Interesse geweckt hat, dass die Hörsäle überfüllt war und die Vorlesung per Videolive-Schaltung in die Nebenräume übertragen werden musste, das wir bei uns leider nicht haben. Ich bin auch erst notgedrungen draufgekommen, was unsere Lehrveranstaltungsräume alles können. Die Vorlesung wurde von heute auch fortgesetzt, glaube ich, die zu Fuß gehen in der Stadt und öffentlicher Verkehr in der Stadt, die jetzt eben gerade am Laufen ist. Und das Thema seines Vortrages heute ist aus Platzgründen, weil es am Plakat nur verkürzt dargestellt, Mobilität und Design vom Artefakt zum System. Und ich bitte dich jetzt mit dem Vortrag zu beginnen. Dankeschön für die Vorstellung, Dankeschön vor allem für die Einladung. Ich bin ja da ganz begeistert auf den Zug aufgesprungen, weil es eine Möglichkeit, also ich sehe das als Möglichkeit, ein bisschen den mentalen Käfig, den man doch immer wieder hat, auch wenn wir sehr, sehr interdisziplinär arbeiten auf unserem Institut, die unterschiedlichsten Disziplinen, aber hauptsächlich natürlich technischer Natur, beheimatet sind. Aber trotzdem muss man sein mentales Gefängnis hin und wieder verlassen. Und das finde ich, also sehe ich als eine große Möglichkeit. Der Vortrag ist eine Zusammenstellung von Ideen, die mir gekommen sind, als ich mir gedacht habe, was könnte denn Mobilität und Design miteinander verbinden. Das heißt, ihr werdet da kein, ist es okay, wenn ich Kollektives tun, ihr? Ja. Ist man so unförmlich da? Ihr werdet sehen, es ist keine durchgehende, wie soll man sagen, Entwicklung einer Theorie mit einer knackigen, prägnanten Aussage am Ende, die ihr quasi mit nach Hause nehmen wollt, sondern ich würde ganz gern mit euch meine Ideen, die ich mir da zusammengetragen habe, aus der Verkehrsplanerischen, also ich bin Bauingenieur, und zwar quasi von Anbeginn der Ausbildung an, also ich habe ein Hotel für Tiefbau gemacht und dann auf der TU in Bauernschenerwesen studiert, das heißt, das Bauliche, die physische Umgebung, das ist so quasi das Metier, in dem wir hauptsächlich arbeiten. Und der Christian hat schon den Professor Knoblacher erwähnt, also das ist unser Mitarbeiter, also Emeritus, 2009 in Pension gegangen, und der hat ganz, ganz stark geprägt, auf jeden Fall in Österreich, aber könnte auch fast sagen, vielleicht weltweit, das Abgehen vom, was ich genannt habe, Artefaktdenken, also Straßenraumdesign im Sinne von, wo gebe ich welche Randstahler hin, wie breit hat ein Querschnitt zu sein, in die Richtung, dass man überlegt, wie schaut das Ganze im System aus? Und zwar aus der Überlegung heraus, nicht aus der Überlegung, aus der Beobachtung heraus, dass plötzlich Effekte aufgetaucht sind, mit denen niemand umgehen konnte. Alle haben sich schön Querschnitte geplant, Straßen, wie man den Straßen aufbaut, die Asphaltierungen, Kreuzungen, was auch immer, und dann sind plötzlich Sachen entstanden und das Verkehrssystem hat sich nicht so verhalten, wie es die Ingenieure haben wollten. Und da war natürlich im Regelfall, oder natürlich, es ist aus heutiger Sichtrecht, nicht als natürlich zu bezeichnen, aber früher war das ganz normale Reaktion, ja die Leute verhalten sich falsch. Wir haben das nach den Richtlinien geplant, so gehört das nach den Regeln der Kunst gemacht, und die Leute tun was Falsches. Super Beispiel, da die Brucken über den Windfluss, ist mit einem Hochsicherheitszaun abgetrennt, von der Fahrbahn vierspurig, weil, warum? Habt ihr eine Idee, warum das der Fall ist? Wer hat die Fußgängerbrücken da unten? Wer hat die Fußgängerbrücken da unten? Ja, das ist die... Ja, aus dem alten Verständnis, und das findet man ja heute nach wie vor sehr, sehr häufig, und immer wieder, und man könnte nicht sagen, dass quasi eine Verkehrswende in den Köpfen stattgefunden hat, man priorisiert das, was man bisher gewohnt war und gekannt hat, als wichtigstes Verkehrsmittel, als wichtigstes Verkehrsmittel, sehr häufig in den Köpfen verankert, das Auto, gegenüber allen anderen Interessen, wie Lebensraum, Sicherheit, Zugänglichkeit. Die Brücken ist ganz wunderbar leibernd, aber was machst du mit dir? Da musst du erst recht wieder bis zum Gehsteig, zum Beamtenaquarium nach vorne gehen. Und in diese, wie soll man sagen, mit solchen Beispielen und mit dem einen oder anderen Gedankengang, den ich, würde ich euch gerne näher bringen. Schauen wir mal, ob wir uns miteinander treffen. Wenn wir uns nicht treffen, oder euch irgendwas Unklar ist, bitte sofort schreien und protestieren. Wir müssen vorher ein paar Begriffe miteinander klären. Was ist Mobilität? Im Regelfall, wenn man zum Beispiel die zuhause frei aufliegenden Zeitungen aufschlägt oder jemanden fragt, ohne dass er einen besonderen Hintergrund diesbezüglich hätte, dann wird Mobilität im Regelfall nach wie vor mit Automobilität gleichgesetzt, sprich falsch verstanden. Ist es aber nicht. Es gibt diverseste Formen von Mobilität. Viele sind nicht mehr ganz, wie soll man sagen, aktuell im Sprachgebrauch, sowas wäre soziale Mobilität. Also ich arbeite mich von quasi einer Klasse, von der ich geboren bin, in eine höhere Klasse hinauf. Das würde man durchaus als soziale Mobilität verstehen. Es gibt durchaus, und das ist wahrscheinlich die allerwichtigste von den Mobilitäten, die geistige Mobilität. Also dass mein Hirnkassel nicht eingerostet ist, sondern imstande ist, auf neue Herausforderungen mit neuen Lösungen zu reagieren. Und da gibt es quasi das, was wir behandeln, die körperliche Mobilität, also sprich den Ortswechsel von A nach B. Der Verkehr selber ist die Materialisierung von Mobilität. Das heißt, es ist der Transport von Waren, Gütern und wird häufig vergessen, ist aber wahrscheinlich die wichtigste Form des Verkehrssystems, oder der wichtigste Teil des Verkehrssystems, von Nachrichten, sprich Information. Ich kann keinen physischen Weg bestreiten, ohne dass ich die Information habe. Kann ich dort überhaupt nicht, ich habe die physische Information, ich kann da draufsteigen, das wird mich halten. Da gibt es einen Weg, das kann ich, das kann ich begehen, den kann ich beschreiten. Geht soweit, bis Informationssysteme, zum Beispiel Fahrplaninformationssysteme, Routing-Informationssysteme, All das sind Teile des Verkehrssystems, die mir sagen, ja, ich kann jetzt eine Physik, oder die mir ermöglichen, eine physische Wortsveränderung. Im Ingenieurwesen ist Design, also, das gibt es in der deutschen Ingenieursprache, gibt es den Begriff des Designs nicht. Man entwirft, man plant, man baut. Im Englischen, im Technischen Englisch, ist Design sehr wohl das, was man in deutschem Sprachgebrauch als Entwurf versteht. Also zum Beispiel, designing a building, designing an intersection, designing a road. Road Design ist das, was wir als Straßenentwurf verstehen. Ich weiß nicht ganz genau, oder ich will nicht, wie soll man sagen, in fremden Gebieten fischen, wie Design aus eurem Verständnis definiert wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach und das wird wahrscheinlich gar nicht so einheitlich sein. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. In der Technik ist, vor allem im Englischen, ist Design aus der Ingenieurperspektive ganz klar, wie entwerfe ich eine Anlage, wie schaut das aus, wie berechne ich das, dass das sowohl, zum Beispiel bei einer Verkehrsanlage, zum Beispiel, die Anzahl der mit einer Rolltreppe transportierbaren Personen, dass das zum Beispiel entsprechende Fluchtzeiten ermöglicht oder sowas. Das ist Design im Englischen. Jetzt habe ich den Titel gewählt, Artefakt und System. Und man sollte vorher mal klären, wie stehen die zwei Begriffe zueinander. Was macht das eine aus? Was macht das andere aus? Und wo würde ich eine Grenze ansetzen? Und das ist gar nicht so leicht. Das ist eigentlich, das ist fast ein bisschen falsch formuliert, das ist nicht wirklich möglich. Weil wir jetzt sehen, je nachdem, wo ich die Betrachtungsebene ansetze, kann etwas ein Artefakt sein oder kann etwas ein System sein. Das Wörterbuch ist da relativ eindeutig. Artefakt hat zwei Bedeutungen. Das ist ein vom Menschen Hand oder vom Menschen geschaffener Gegenstand. Der Tisch, der Sessel, die Kamera, die uns fehlt. Es gibt aber auch noch den zweiten, mir bis vor die Vorbereitung des Vortrages nicht bekannte Bedeutung gegeben, gibt es noch diese Bedeutung in der Technik, dass es ein Fehler ist. Eine Systemschwäche ist ein Artefakt. Das kommt aus der Informatik. Ein System hat im Prinzip drei wesentliche Komponenten. Es sind die Komponenten des Systems, es sind die Beziehungen dieser Komponenten untereinander und es braucht, wie alles im Leben, eine Abgrenzung. Das heißt, ich definiere ein System über eine entsprechende Abgrenzung und man sagt, diese Bestandteile innerhalb dieses Systems haben gewisse Beziehungen miteinander oder auch keine Beziehung miteinander. Also stärkere, schwächere Wirkungszusammenhänge, manchmal direktproportional, das heißt, wenn eine Entität stärker wird, wird die andere stärker oder auch indirektproportional, wenn die eine Entität schwächer wird, wird die andere stärker. Und wo hört ein Artefakt auf, wo hört ein Gegenstand auf und wo hört ein System auf und wo behindert ein System? Das ist eine Frage, die man wahrscheinlich, also ich mutmaßlich, nicht endgültig beantworten kann, beziehungsweise sie auch nur immer im Anlassfall beantworten kann. Ich will versuchen, Herr Papp, also es wird im Laufe der nächsten Folien, wird es ein paar so Beispiele geben. Es ist eine Definition, was das System ist. Also diese drei Komponenten, die ich da vorher aufgezählt habe, diese drei Bestandteile, in eine Definition zusammengeführt aus dem Systems-Playbook von Anderson & Johnson, die mittlerweile neue Auflage ist, eine Gruppe interagierender, in Wechselbeziehung zueinander stehender oder voneinander abhängiger Komponenten, die ein komplexes Ganzes bilden, um einen Zweck zu erfüllen. Also wir haben eine Gruppe von Elementen, die interagieren miteinander, oder sind die Wechselbeziehung abhängig oder nicht. Sie produzieren ein komplexes Ganzes und einen Zweck. Die Frage ist, was bedeutet komplexes Ganzes? Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Wir sind noch nicht beim Verkehr angelangt, sondern noch in der Vorbereitungsebene. Nehmen wir das Beispiel Stadt. Die Stadt besteht aus einer unzähligen Anzahl an Artefakten. Ob das jetzt die Häuser, die Straßen, was auch immer sind. Ich würde sogar sagen, dass, weiß ich nicht, künstlich gepflanzte Bäume, Blumen, Rabattel, solche Sachen, das sind alles Artefakte. Aber die Stadt ist also quasi ein Steinhaufen. Aber sie ermöglicht insofern, wie soll man sagen, eine Komplexität, als darin Eigenschaften entstehen, die die alleinige Summe dieser Komponenten nicht ermöglichen würde. Das heißt, es ist die Eigenschaft von allen lebenden Systemen, die sogenannte Komplexität von lebenden Systemen ist, dass es entstehen neue Eigenschaften, wenn ich diese Artefakte zu einem System zusammenführe. Unsere Moleküle, aus denen wir uns zusammensetzen, sind relativ armselige chemische Verbindungen. Aber mit der Anordnung entsteht eine komplexe Lebensform. und es ist jetzt relativ egal, ob das ein Baum ist oder ein Mensch oder ein Hund oder auch nur eine Mikrobe. Und es entstehen neue Eigenschaften, die vorher auf der Ebene der Artefakte nicht der Fall gewesen sind. Nehmen wir die Tische daher, die Tische allein sind einfach Steller aus Metall und einem Holz. Aber erst, dass ihr da drin seid und das quasi im System Klassenraum oder Vortragsraum benutzt, entsteht dadurch eine zusätzliche Eigenschaft. Ich kann darauf lernen, ich kann darauf schreiben. Es ergibt sich eine Funktion. Sie erfüllen einen Zweck. Jetzt könnte man natürlich in einem stark menschenzentristischen Weltbild sagen, ja, es gibt zwei Typen von Systemen, die natürlich sind und die, die artifiziell, also quasi von Menschenhand geschaffen worden sind. In Wirklichkeit würde ich meinen, aus, wie soll man sagen, sehr systemtheoretischer Sicht und weil es eigentlich alles ist natürlich. Selbst die unlebendigsten Gegenstände, die unlebendigsten Systeme, irgendwelche, weiß ich nicht, Rechner, all this is part of nature. Teil des Universums. Also ich würde meinen, diese findet man relativ häufig, diese Abgrenzung, das ist ein natürliches System, ein artifizielles System. Eine Stadt ist aus diesem Gesichtspunkt ein artifizielles System. Das haben Menschen geschaffen, diesen quasi Organismus. Das gibt es in der außermenschlichen Natur, nur in sehr eingeschränkter Form und Weise. Also denkst zum Beispiel an die staatenbildenden Tiere wie Termiten, Ameisen. Die haben so etwas Ähnliches wie eine Stadt, einen Staat in einer Stadt. Aber ich würde nicht wirklich stark unterscheiden wollen und das bringt in unserem Zusammenhang auch nicht wirklich viel, zu sagen, okay, ist das ein natürliches oder ist das ein künstliches System? Wie unterscheide ich das jetzt dazwischen? Der Christian hat gesagt, wir kennen uns von der Radlobby, deswegen, und meine Arbeitsschwerpunkte sind sehr, sehr stark radfokussiert, wie das zum Beispiel auch eben mit dieser Ringvorlesung aktive Mobilität zu tun hat. Deswegen wird es das eine oder andere Beispiel geben, das fahrradzentriert ist. Wenn ich den Blickpunkt oder die Ebene des Fahrrad hernehme, dann kann ich hineinzoomen oder ich kann hier rauszoomen. Wenn ich hineinzoome und zum Beispiel hernehme ein Speichenmüppel, ist das jetzt ein Artefakt aus Fahrradsicht oder ist es ein System? Ich würde definieren und sagen, aus Speichenmüppelsicht ist das Fahrrad ein System. Ich habe mehrere Komponenten, die zueinander angeordnet sind. Sie erfüllen einen Zweck, sie stehen in Wechselbeziehung, weil zum Beispiel die Speichen sind verschraubt mit dem Fahrradnippel. Daran hängt eine Felge, die Felge ist mit der Amave, mit dem Rahmen verbunden. Ich habe plötzlich eine emergente Eigenschaft, eine komplexe Eigenschaft durch das Zusammenführen von Systemelementen. Ich kann mich fortbewegen. Das ist so quasi, wenn der Haufen Fahrradteile in der Gegend herumliegt und in keiner Wechselbeziehung zueinander ist, habe ich noch nicht ein System, sondern ich habe eine Anordnung von Artefakten. Jetzt ist aber das Fahrrad nicht quasi das Ende der Skala des Universums, klarerweise, sondern ich habe das ja durch diese Eigenschaft, dass es sich fortbewegen kann, durch diese geordnete Anordnung von Artefakten, nimmt es frei am Stadtverkehr zum Beispiel oder bei einem Fahrradrennen oder wo auch immer. Und aus der Perspektive, aus der Stadtverkehrsperspektive, würde ich das Fahrrad als Artefakt definieren. Ein Gegenstand, der geschaffen worden ist, genauso wie dieser Tisch. Der Tisch selber ist ja auch ein System, wenn ich auf die Ebene gehe, wenn ich die einzelnen Beine habe, die Schrauben, was auch immer, die habe ich zusammengefügt, ein System geschaffen, habe ich einen Zweck geschaffen oder habe ich eine Möglichkeit der Vollfüllung eines Zwecks geschaffen. Das heißt, die Beispiele, die ich bringen werde, sind, wir sind im Rahmen unserer Arbeiten und das, was Professor Knobracher quasi vorgeschaffen hat, an Denkmodellen, an wissenschaftlichen Erklärungsmodellen, an Methoden, ist ein Abgehen vom Fahrzeug hin zu den Wirkungen von Fahrzeugen, Elementen, diesen Systemkomponenten innerhalb des Systems unteren an. Und natürlich, das System besteht natürlich immer wieder aus seinen Artefaken und die gibt es in der Verkehrs-, wie soll man sagen, in der Mo-, wenn ich Verkehr sage, meine ich auch Mobilität, obwohl es, wie ich vorher versucht habe, zu erklären, zu trennen, eigentlich zu trennen ist. Und ich habe da unterschiedliche, wie soll man das nennen, Wirkungsebene. Ich habe dieses Design, das suggerieren soll, der Fahrradstellplatz ersetzt oder die Fahrradstellplätze ersetzen ein Automobil, schaffen dadurch eine neue Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes, kann aber auch genauso ein Artefakt sein, okay, ich mache eine Verlängerung des Gehsteigs, so quasi verwende das, also sowas nennt man Parklet, also so quasi die Wiederaneignung eines ursprünglich nur als Parkplatz zu verwenden öffentlichen Raumes für einen anderen Zweck. Das heißt, ich bringe mit einem Artefakt eine neue Nutzungsmöglichkeit, die ich vorher nicht haben könnte, weil ich versuche es einmal, einen Parkplatz anders zu nutzen, als mit dem Auto zu verpacken. Die SCVO ist da wahnsinnig rigoros, die Polizei wird euch so schnell wegstampeln, dass es Schwierigkeiten geben wird. Ah, steht drin, du darfst am Parkplatz den reservierten öffentlichen Raum für den Parkplatz für nichts anderes verwenden. Und dann gibt es aber jetzt so die riegerartigen Design-Elemente, Aktionen, die sich das wieder aneignen. Reicht zum Beispiel bis dann, wenn ich in den Halt, zum privaten Raum hineingehe, dass sich Räume, die ursprünglich nicht dafür vorgesehen gewesen sind, mit entsprechend designten Elementen neu im Sinne von aktiver Mobilität nutzt, also zum Beispiel, dass er so ein, weiß ich nicht, wie man das nennen sollte, Ausschiebekasse oder Fahrradabstellplatz samt einem kleinen Reuter Gärtchen oben verwenden kann. Aus dem Design von Verkehrsanlagen, da hat so quasi die Verkehrswissenschaft ihren Ausgang genommen und musste relativ starke, wie soll man sagen, Hürden überwinden, um vom reinen Entwerfen von geometrisch anspruchsvollen, interessanten, herausfordernden, in herausfordernde Topografie überwindenden Elementen zu einer systemartigen Sicht zu kommen. Das sind vier Beispiele, wo man quasi die hohe Kunst des alten Verständnisses von Verkehrsforschung, nicht Verkehrsforschung, sondern von Verkehrsanlagen, Design, im Regelfall in herausfordernder Topografie sieht, ob das jetzt gewenderte Straßen sind. Wir haben hier oben eine Autobahn, die angeschlossen ist in einem engen, ökologisch, sehr wertvollen Gebiet. Also vorher war es ökologisch wertvoll, nachdem die Autobahn unter der Anschlussstelle dort gewesen ist. Kann man ja ganz gut erkennen, ist für ökologische Ausbreitung als Habitat nicht mehrmals so viel übrig geblieben. Ob das jetzt eine gewenderte Straße ist, um Höhe zu gewinnen, um entsprechend aufwendige Topografien zu überwinden, um Grenzen zu überwinden oder einfach nur um irgendwo von einem Berghang hinauf oder hinunter zu fahren. Die Ingenieure waren immer sehr einfallsreich, wie man solche Barrieren überwinden kann. Selten hat irgendeiner darüber nachgedacht, was heißt und das jetzt für, wenn diese Grenze da weg ist. Wenn die Grenze weg ist, wenn der Widerstand hier hinten ist, etwas zu überwinden. Wenn ich da das Gebirge habe oder in diesen drei Fällen habe ich eine aufwendige Topografie mit der Straße, mit dem Straßenbau, mit dem Aufwand, der dort hineingesetzt worden ist, wird der Widerstand verringert und die Menschen können, oder die Fahrzeuge in dem Fall, können entsprechend mit geringerem Widerstand überbrücken diese Barriere. Zum Beispiel über einen Berg drüber, aber es kann natürlich auch eine Brücke sein über eine Schlucht oder einen Fluss. Das führt dann natürlich in der Endphase des alten Ingenieurwesens zu sollten Konstruktionen. Ich habe da leider keine Schrägaufnahme gefunden, aber jeder, der die Wiener Außenrind, also die Verlängerung der Außenrindautobahn, also die Verbindungstangente zur Nordautobahn, also die B302, da ist der große Ikea Wien Nord, fährt, wird an diesem fliegenden Ufo-Kreisverkehr vorbeikommen. Ich würde meinen, ein vom klassischen Ingenieurverständnis, wir bauen mit aller möglichst großem Aufwand, und das ist ein relativ großer Aufwand, wenn ich einen aufgeständeten Kreisverkehr baue, entsprechende Abfahrtsrampen, Zufahrtsrampen, ihr seht es ein bisschen da am Schatten, den er wirft, dass der in 5, 6 Meter Höhe sein muss, also so quasi fliegt, natürlich aus Objektdesign, ganz eine wunderbare Geschichte, könnte man diverse Assoziationen machen, was das für ein tolles Artefakt ist, aber wenn man sich anschaut, was für eine große Fläche all diese Verkehrsflächen da einnehmen und wie wenig zusätzliche Zwecke erfüllen, weil zum Beispiel immer mit hohen Geschwindigkeiten fahren werden muss, weil ich Abwärts Zufahrtsstraßen habe, ich habe Parkplätze, in einem Verständnis von Systemdesign findet das nicht statt. Das ist einfach eine Anordnung von baugenieuerlich möglichen Artefakten, das bauen wir halt, weil wir es kennen, weil wir es zusammenbringen und weil niemand darüber nachdenkt, was sind das für urbane Räume, die ich da schaffe, was sind das für, was für ein Verhalten produzieren diese Baulichkeiten. Es gibt natürlich das Ganze im kleineren Maßstab auch nicht. Ich werde ein paar Fahrradbeispiele bringen, wie vor allem das Abstellen des Radofahrts, zum Beispiel durch Aneignung von bisher nicht dafür geschaffenen Gegenständen, ob das jetzt ein Verkehrsschiff ist, eine bestimmte normale Mauer, wie das umgewandert werden kann und wie quasi systematisch betrachtet ein zusätzlicher Zweck dazu kommen kann. Natürlich bei der ganzen Geschichte ist Design immer gut oder interessant. Die Frage ist nur, sind diese schönen, formschönen Abstellmöglichkeiten, sind die auch wirklich so viel tauglich für die Funktionen, die sie erfüllen sollen. Ich frage mich häufig, wenn ich und ich fahre fast, wie soll man sagen, alles mit meinem Radl und mit dem öffentlichen Verkehr und stelle deswegen mein Radl sehr, sehr häufig in unterschiedlichsten Locations und bei unterschiedlichsten Fahrradabstellplätzen ab. Grundfunktionen, also Design wird sehr, sehr häufig was, aber die Grundfunktionen, sicheres Abstellen, ich will keine scharfen Kanten haben, damit ich den Laken oben habe, das ist nicht immer häufig. Lassen wir die Artefakte einmal eine Zeit lang hinter uns und überlegen uns, welche Systemeigenschaften haben wir. Jetzt haben wir diese Definition, die wir vorher gehabt haben, kann man sich merken oder auch nicht. Relativ wichtiger ist, ob ich ein System an seinen Eigenschaften erkennen habe. Also was haben wir gesagt, wir haben einen spezifischen Zweck und ich habe eine Abgrenzung und mit der Abgrenzung heißt es, ich habe immer mindestens ein darüber hinweggestülptes, ein größeres System, dass das Ganze einbettet das System. Wenn ich sage, die Erde zum Beispiel ist Teil des Sonnensystems, das Sonnensystem ist Teil unserer Galaxis und dann geht es noch mal zu irgendwie Unendlichkeit weiter. So ähnlich ist es bei den Verkehrs- und bei den Mobilitätskomponenten. Sie müssen in einer spezifischen Art und Weise angeordnet sein zueinander. Nicht nur, wenn ich die Speichen nippel und die Speichen nicht in der richtigen Form zusammenbringe und keine Felge und auch keine Nadel habe, erfüllt es die Funktion, den Zweck, den es haben soll, nicht in also entweder nicht so gut oder in gar keiner Form. Das heißt, um in einem System optimal werken zu können, müssen alle wesentlichen, das müsste man noch dazuschreiben, alle wesentlichen Bestandteile vorhanden sein. Natürlich gibt es auch Sachen, die laufen weniger optimal, wenn da irgendwas fällt, keine Ahnung, wenn man verletzt ist, man hartschuhl kann man irgendwie aber so gut, wie es die Natur vorgesehen hat, funktioniert es nicht. Keine Ahnung, mit Eingrissen einem Meniskus kann eben marschieren, aber es geht halt nicht viel so gut, wie es sein sollte, wie das System quasi durch die Evolution gestaltet worden ist. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal und das merken wir auch in allen Lebenslagen, wenn man es dort zu finden weiß, ist, Systeme haben eine Stabilität, dann, wenn sie fluktuieren. Das heißt, wenn es einmal ein bisschen rauf, ein bisschen bergab gibt, ist ein dynamisches Gleichgewicht, das da entsteht. Alle Systeme, die sich schnell entwickeln, entweder schnell wachsen oder schnell schrumpfen, erreichen im Regelfall keine Stabilität. Was ist ein gutes Beispiel, damit ich euch jetzt ein bisschen einbitte für ein fluktuierendes System? Fällt euch dazu was ein? Nein, allgemein. Aber es kann auch Verkehr sein. Ein viel einfacheres Beispiel, ja. Aber denkt zum Beispiel an die Wahlen. Das politische System fluktuiert im Regelfall. Einmal sind die Anfuhren, dann sind die Anderen Fuhren. Und so gibt es ein Auf und ein Ab. Das ist ein ganz klassisches Fluktuieren innerhalb von Systemen, wo ein Leben drin ist. Räuber-Beute-Beziehungen. Hasen und Füchse halten sich in einem dynamischen Gleichgewicht. Wenn es wenig Hasen gibt, verhungern die Füchse oder werden die Füchse wieder weniger, sodass die Beute zu den Räubern passt. Und wenn die Füchse quasi dezimiert sind auf eine ganz kleine Anzahl, geht es den Hasen wieder besser, weil es nicht so viele Räuber gibt und dann brauchst du die ganze Anzahl. Laufen die zwei permanent im Gleichgewicht, also permanent auf und ab und halten sich im Gleichgewicht. Und vor allem, das entsteht eben durch, also diese Fluktuation entsteht dadurch, dass es Feedback gibt. Es gibt nie im realen Leben eine singuläre Beziehung von Quelle zu Ziel. Das gibt es nicht. So funktioniert nicht. Das sind vielleicht einfache mentale Modelle, wo die Ingenieure sagen, okay, meine Belastung ist das und dann baue ich so ein Haus und das halte schon aus. Aber wenn man mit Leben zu tun hat, mit Menschen, dann reagiert im Regelfall ein Teil des Systems auf das, was das andere macht. Bauen wir Radlwege, damit mehr Radfahrermöglichkeit zur Verfügung steht, dann reagiert der andere Systembestandteil die Menschen, die potenziellen Radfahrer drauf. Oder macht das genauso umgekehrt, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei der Mobilität der Fall gewesen ist. Man hat alle anderen Verkehrsmittel systematisch benachteiligt und dem Auto, wie soll man sagen, das Primat zugestanden, die Städte danach gestaltet, dass eben alles aufs Auto optimiert ist. Dann hat das andere Bestandteil des Systems entsprechend Feedback geliefert und gesagt, ja super, jetzt verhalten wir uns auch so. Und der Homo sapiens ist vom gehenden Radlfahrenden zum sitzenden und fahrenden Menschen geworden. Gut, jetzt muss man sich, sollte man sich auch überlegen, das ist jetzt ein Versuch eines Brückenschlags. Ich habe das kopiert von Christian Petzdecker, einem, glaube ich, deiner Schüler, weil ich mich richtig erinnere. Ja. So ungefähr, der Fahrraddesigner ist und der hat im Rahmen eben der Rundvorlesung bei uns auf der TU zu Fahrraddesign einen Vortrag gehalten und hat da einen Herrn Rams, glaube ich, hat er geheißen, zitiert. Ist es ein Herr? Ja. Ich bin ein Herr. Ja. Ist es ein? Ich bin ein deutscher Designer. Okay. Gut. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich ihn jetzt so in meiner Unwissenheit gering geschätzt habe. Ich habe, es geht und ich habe von Christian seinen Folien übernommen, diese vom Peter Rams definierten Wesenszüge, was gutes Design ausmacht und ich würde ganz gerne, kennt man das allgemein? Zehnregen. Ich weiß nicht, ob es zehn, ungefähr, ja. Ich weiß nicht, ob es die Studierenden gibt. Okay. Also, was muss gutes Design ausmachen? Das erzähle ich quasi jetzt als Ingenieurlicherlei euch Designfachleuten. Wer es kennt, möge wie soll man sagen, milde darüber hinweglächeln, dass ich das versuche euch zu erklären. Ich würde aber das gerne insofern euch bitten, dass ihr das bei den nacherfolgenden Fotos immer im Hinterkopf habt. Passt das, was man da am Design sieht im öffentlichen Raum, bei den Verkehrsanlagen, passt das zu dem, was der Peter Rams da definiert hat? Ich finde diese Beispiele ganz gut und ich finde, sie passen auch ganz gut zu dem Design, das wir Ingenieure verstehen. Also innovativ, nützlich, ästhetisch, was sehr, sehr häufig nicht von den Ingenieuren zusammengebracht wird, ist, Systeme zu produzieren, die leicht verständlich sind. Also innovative, quasi das iPhone, das MacBook in der Verkehrsplanung. Da hat keiner zusammenbrach, so Sachen aufklappen, los surfen, los arbeiten. Ingenieurliche Geschichten haben, brauchen, vor allem wenn sie schlecht designt sind, sieht man das ganz, ganz gut, immer komplizierte Anleitungen. Verkehrsschilder, Wegweisungen, alles, was quasi schlecht designt ist in der Usability, braucht on-the-fly Anleitungen. Da darfst du nicht parken, du musst abbiegen, Abbiegeverbote, hin und her, Sachen, die nicht selbst erklärt sind. Dabei wäre das ja ein super Beispiel, das ist, glaube ich, wer ist das? Kärntner Hof? Opernring. vis-à-vis von der Oper. Natürlich, in dem Gebäude sind ein Haufen Botschaften und Konsulaten drin, aber ist sowas selbsterklärend? Wie verhalte ich mich dort? Erzählt mir die Infrastruktur das? Hat der das so geplant, dass das jeder selbst sofort versteht, intuitiv versteht? Oder muss ich jetzt nachschauen? Ich meine, schau mal rein, bis ich das gelesen habe, muss ich häufiger, oder könnte ich mir vorstellen, aussteigen, hingehen, lesen, was da draufsteht. Ist natürlich, wie soll man sagen, zum Abstecken des Clems, wer diesen Raum dort benutzen darf. Aber wenn ihr mit offenen Augen durchs Leben geht, werdet ihr sehen, überall dort, wo gepfuscht wird, brauche ich, also ingenieurmäßig gepfuscht wird, brauche ich entsprechende Anleitungen. Anderes Beispiel, super Beispiel, wie ich denke, wie man, wie soll man sagen, Anleitung für Verhalten kommunizieren muss, ist der Radweg am Ring. Da kommen Leute hin, die haben keine Ahnung und die interessiert das auch nicht, was dort die Planer sich vorgestellt haben, also zum Beispiel die japanischen oder italienischen Touristen. und dort gibt es halt irgendein aufgemaltes Fahrrad-Suggestivstreifen, nennen wir es mal so. Und dann mit entsprechenden Verkehrsschildern, Markierungen, mit den ganzen flächigen Bemalungen, versucht man zu kommunizieren, ja, da solltest du dich so verhalten, wie wir es eigentlich für uns vorgestellt haben. Wirklich gute Planungen sind ja so, dass durch die Benützung, formuliere ich das so richtig, dass durch die Benützung klar ist, wer es wie unter welchen Bedingungen zu benutzen hat. Schaut euch die Radlwege zum Beispiel in Kopenhagen an, und das ist einfach schon dadurch, dass sie so gut sind, sind viele Leute drauf, ich brauche das nicht kommunizieren, das ist ein Radlweg, hinschreiben oder sagen, ich muss da trennen zwischen, der Teil ist Radweg, der Teil ist Fußweg, sondern das ist durch die entsprechende Fläche zur Verfügung gestellt, ein bisschen baulich getrennt und vor allem durch das permanente und integrale Benützen, selbsterklärende Infrastruktur. Okay, unauffälliges Design, weiß ich nicht, inwiefern man das in der Mobilität umsetzen kann. Ehrlich ist auf jeden Fall seine Kategorie, also wenn eine Anlage, das ist eigentlich ein weit gefasster Begriff, muss ich mal mit meinen Ingenieurskollegen darüber reden, ob man ehrliche und nicht ehrliche Infrastrukturen, was man darunter wirklich verstehen sollte, aber ich denke, ehrlich ist eigentlich etwas in die Richtung authentisch geht, oder? Kann man das so verstehen? Also hat das der Herr Rams so verstanden, weil ich sage, was ist ein ehrliches Design? Das ist ein authentisches Design. Ich habe keine Schnörzeln, ich habe keine aufgesetzten sonstigen Dinge, das würde ich meinen, das passt für Verkehrsraum, Raumgestaltung ganz gut. Langlebigkeit ist auf jeden Fall so ein Kriterium, das man anwenden sollte und auf das man prüfen sollte. Man kann, was ich in binnen kürzester Zeit gilt, eine ersonnene Idee, am Schreibtisch ersonnene Idee, wieder komplett umbauen, habe ich kein langlebiges Design gehabt, sondern habe das erst an der Realität geeicht, ob es funktioniert. Konsequenz ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil, wenn man inkonsequent ist, also, wieder das Beispiel Radelfahren, das Wiener Radwegenetz, ich bin jetzt beim Herfahren ein Opfer der Inkonsequenz des Radwegnetzes gewesen. Ich bin vom Karlsplatz daher geradelt, aber ich habe gesagt, jetzt fahre ich mal nicht die übliche ausgetretene Fahre, ab dem Ring, daher und dann wieder hinauf, sondern fahre ich auf der anderen Seite vom Startpark. Und habe mich gewundert, wie man da hin und her meandriert, einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite, bei intuitiven Benutzung, also für eine intuitive Benutzung ist das nicht wirklich gut geeignet. Meiner Meinung nach findet man sehr häufig inkonsequente Planungen. Ökologisch ist im Verkehr sowieso klar, wenn ihr euch die Wachstumskurven der CO2-Emissionen anschaut, dann hat der österreichische Staat mehr oder weniger alles im Griff, also CO2-Emissionen aus Hausbrandheizung ist durch die starken Dämminitiativen des letzten Jahrzehnts, Wärmedämminitiativen ganz gut im Griff, die Industrie, weil sie sehr kompakt ist, ist ein riesengroßer Brocken, aber dieses permanente Wachstum, das eben zum Beispiel mit dem Klimaabkommen eingeschränkt werden soll, das hat man halt ganz gut im Griff. Was man überhaupt nicht im Griff hat, ist Emissionen, CO2 aus dem Autoverkehr, also allgemein aus dem Verkehr, aber spezifisch hauptsächlich getragen durch den Autoverkehr. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel unter ökologischen Design-Gesichtspunkten und mir das Verkehrssystem anschaue, müssten alle Alarmglocken schreien. Sie tun es hin und wieder, aber nicht bei den meisten. Und so wenig Design wie möglich. Müsste das nicht eigentlich heißen, so wenig Design wie nötig? Weil so wenig Design wie möglich ist ja Null. Ich designe gar nichts, aber dann erreiche ich ja keinen Zweck, sondern ich brauche ein bisschen Design, so wenig wie notwendig. Ich hätte jetzt den Herrn Ramsdauer gechallenged. Willkommen in der Verkehrsingenieurswelt alten Zuschnittes. Früher war, was ist das? Was ist man da? Das ist ja eine Idee. Wenn man das Bauingenieur fragt, die müssen das in zwei in der Nacht aus dem Tiefschlaf herauskennen. Was könnte das sein? Ich meine, der Hinweis, dass es ein Querschnitt ist, steht eh schon oben. Aber was ist ein Querschnitt? Irgendein Idee? Ich habe jeden Tag hunderte bis tausende Male damit zu tun. Ihr kennt es vielleicht nur nicht. Das ist zum Beispiel ein Eisenbahn-Lichtraubprofil, nennt man so etwas, ein Querschnitt. Da unten sieht man eine Schiene, eine zweite Schiene. Da oben ist irgendwo die Oberleitung. Also das ist der kühlende Raum eines Eisenbahnweges. In dem Fall ist es aus Deutschland. Quasi wer mit dem ICE fährt, fährt durch sowas durch. Und das ist aus den Richtlinien für den Straßenbau rege Querschnitte, so wie sich die Norm vorsieht, für unterschiedlichste Formen von Straßenanlagen. Und ich habe das erste Mal damit Kontakt gehabt, als HTL-Schüler, waren diese Richtlinien, die uns gegeben worden sind. Und das ist eigentlich, wie soll man sagen, das ist Wesen und Nemesis des Ingenieurs. Du kriegst vorgegebene Richtlinien, die zum Beispiel so ausschauen. Da musst du da und da diesen Querschnitt anwenden, und der hat so und so auszuschauen. Also das sind zum Beispiel erste Rampen für bei Autobahnen unterschiedliche Verkehrschnitte, zweispurig, mit oder ohne diesen Leitschildern oder Flöten, auf jeden Fall unterschiedliche Breiten. Das ist bei diesen und diesen Verkehrsanlagen dort anzuholen. Das war bis, würde ich mal sagen, vor zwei, drei Jahrzehnten das Höchste der Gefühle oder die Planungsprämisse, mit der an das Bauen von Verkehrsanlagen herangegangen worden ist. Da hat man, als man die Straßen da unten gebaut hat, also die Vorderzahlamtsstraße und die Brücke dort gewesen ist, hat der Verkehrsingenieur nur das, oder der planende Ingenieur, nur das Problem gesehen, wie kriege ich diesen Querschnitt, der mir vorgegeben ist, durch jemanden, der mir das ausgerechnet hat, weil vorhin haben wir zwei plus zwei Querschnitt, also zwei in eine Richtung, zwei in die andere. Da hinten habe ich das, also muss ich das bei der Brücke, wo ich eigentlich eine Unständigkeitsstelle hätte, wo es andere Verkehrsströme gibt, wie kriege ich diesen Regelquerschnitt da durch, ohne dass es möglichst viele Todesopfer gibt. Aber nicht unter dem Gesichtspunkt, dass, naja, aber wieso ist eigentlich der Regelquerschnitt eines Fahrzeugs wichtiger als die Anbindung eines Menschen? Das hat man bis in die 70er, vielleicht sogar 80er Jahre, kein Mensch hat sich jemals irgendwie einen Kopf darüber zerbrochen. Jetzt werden wir die autogerechte Stadt, ist Gott sei Dank bei uns nicht so gelungen, aber in vielen Teilen der Welt, in den Vereinigten Staaten, hat das ganz wunderbar funktioniert. Da ist alles unter diesem Planungshorizont eines Querschnitts, also so quasi die Straße in Brotscheiben aufschneiden, das war's. Und dann hat man vielleicht noch, weil man es musste, das werde ich euch in der nächsten Folie zeigen, auch noch im Horizontalen geschaut, wie schaut ein Kreuzungsdesign. Also, im klassischen Mobilitätswesen, Verkehrswesen, ist der Querschnitt das Design-Element. Das ist natürlich klar, das brauche ich ja nach wie vor heute. Ich kann jetzt sagen, okay, auf der ICE-Strecke, ja, da ist mir halt der Lichtraum manchmal ein bisschen wurscht, dann lasse ich einen Baum reinhängen oder sonst irgendwas, oder geht die Brücke halt niedriger drüber, als dieses Lichtraumprofil ist. Das ist ja keine Frage, das muss ich sehr wohl einhalten, um entsprechende Sicherheitsräume zu haben, aber die Frage ist, bin ich imstande, dieses Design-Element, als Design-Element zu sehen, eines von vielen und nicht das Allerwichtigste, oder ist das so quasi die Monstranz, die ich vor mir her trage, das Ersatzheiligtum, dass ich sage, das muss befriedigt werden. Ein Querschnitt, ein Lichtraumprofil. Das war das höchste der Gefühle, der Verkehrsingenieure und der Stadtplanungs-, also der Stadtgestaltung, der Verkehrsweggestaltung in der Stadt ist, ich habe es zusammengebracht, das Lichtraumprofil durchzubringen. Das sieht man häufig, ich habe blöderweise kein, oh doch, es gibt ein Foto, das darauf hinweist, aber in einem anderen Zusammenhang, wenn ihr zum Beispiel jetzt in irgendwelchen Dörfern oder in älteren Stadtkernen, dann gibt es eine Straßendurch, das ist von Randstein bis Randstein, da ist es super ausgegangen, dass die Häuser noch so weit auseinandergelegen sind, dass sich dieser Querschnitt, diese Breite durch ausgeht und dann bleiben halt noch, so 20, 30, 40 Zentimeter für einen Fußgänger über, wo man dann vielleicht so entlang der Wand schleichend sich fortbewegen kann. Einfach unter, weil die Prämisse damals und leider heutzutage häufig auch noch, vielleicht nicht mehr so stark bei uns, aber sehr stark in den asiatischen Ländern, wo das amerikanische Planungsverständnis sich also ganz, ganz weit grassiert, dass das mehr oder weniger die einzige Perspektive in der Planung ist. Wie komme ich da mit diesem Verkehrsband da durch? und zwar möglichst ohne irgendwelche Schlenker, weil dann müsste man ja von der Geschwindigkeit runtergehen und ein Problem. Also diese Idee, Fahrdynamik, ich brauche mich fortbewegende Masse, die sollte möglichst nicht abgebremst werden, sollte möglichst nicht behindert werden, wenn ich spreche, sind diese Richtlinien voll mit also das obere ist ja im Grunde ist eine Kreuzung, eine T-Kreuzung, man sieht elendslange Verziehungen, also so 1 zu 40 ist die Neigung, es wird ganz sanft geht es auf, ganz sanft geht es auf, alles bei hohen Geschwindigkeit geschuldet, die aufrechterhalten werden sollte. Man wird wahrscheinlich, könnte demnächst, also wir werden das vielleicht noch erleben, wieder in einer Zeit leben, wo man zurückblicken wird und sich aufs Hirn greifen wird, wieso war Geschwindigkeit so eine wahnsinnig wichtige Größenordnung. Der Professor Knoblacher sagt immer nicht, Geist mal Geschwindigkeit ist eine Konstante. Also wenn ich eine große, hohe Geschwindigkeit habe, ist nicht viel Hirnschmalz dahinter, kommt aus dem heraus, dass das Gehirn eine relativ konstante Verarbeitung von Informationen hat. Das sind ungefähr 16 Bit, also 16 Informationen pro Sekunde, die wir aufnehmen können, und zwar nicht nur aktiv, sondern auch das, was Regulierung des Körpers anbelangt. Das heißt, je schneller ich mich fortbewege, umso mehr Raum nehme ich, also lege ich in dieser Zeit zurück, umso weniger Informationen kann ich aufnehmen, und umso blödere Verkehrsanlagen brauche ich. Autobahnen sind so quasi, wurden zwar in den 60er, 70er Jahren als die höchst drangelnden Verkehrswege sehen, aber wenn du einmal durch den Fuß drüber marschieren täterst, denkst du, Wahnsinn, was sind das für eine idiotische Verkehrsanlage im Vergleich zu einem, weiß ich nicht, verwinkelten Straßennetz in einer alten Siedlung, wo du permanent neue Informationen in der horizontalen, in der vertikalen drüber geschehen hast. Da ist Querschnitt genommen und entlang einer Linearen projiziert. Das ist quasi das Prinzip eines Zylinders. Ich habe eine Grundfläche und verschiebe das entlang eines Strahls. Ich bin jetzt wahnsinnig intelligent. Jetzt aus langerischer Sicht. Ein Beispiel dazu, wie das diese relativ theoretischen Querschnitte zu tatsächlichen Schäden in Schäden geführt haben. Er kannte das vielleicht an meinem Namen. Ich bin nicht ein Österreicher, also nicht in Österreich geboren, sondern bin der Sohn einer slowenischen Mutter und eines aus Tschechien abstandenen Vaters. Das bringt eine slowenische Vorname und eine tschechische Nachname. Und das ist meine Geburtsstadt, Leibach, Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien, im Jahr 1957. 57. Man hat sich quasi zwölf Jahre nach dem Krieg ökonomisch wieder erholt und ging daran, Städte in dieser Aufbruchstimmung, neue Mobilitätsformen. Man wird sich nicht mit so etwas alten Pferde kann, zu Fuß gehen, Radl fahren oder gar eine Straßenbahn abmühen, sondern herkürt das Auto, die freie Fahrtführung, freie Bürger. Und was ihr da seht, ist schon eine bereits beginnende, wie soll man sagen, Freimachung oder ein Demolieren von Häusern für eine Straße, die da entstehen sollte. Und man sieht, da ist eine relativ neu gebaute, eine Pöschung. Da hineingeht es in einen Tunnel, der nach dem zweiten Weltbild gebaut worden ist, also wahrscheinlich ein bisschen mehr davor, der eine autoverkehrsgerechte Abkürzung am mittelalterlichen Stadtkern vorbeimacht. Und die Brauingenieure, also die Straußeningenieure, denen ist nichts anderes eingefallen, als wie, da führen wir jetzt mit unserem Querschnitt vor mir da durch und räumen mehr oder weniger die letzten paar hundert Jahre Siedlungsgeschichte, räumen wir einfach weg. Und wenn ihr, das ist so ähnlich, wie der Hausmann Paris ausgemistet hat, aber deutlich früher, aber mit ähnlichem Hintergedanken. Paris ist ja quasi ausgemistet, das ist so despektierlich, aber dieses verwinkelte Straßen, Werk ist ausgemistet worden, damit die Militär und Polizei schneller dort sein kann, wo es einen Rabatz gibt. Deswegen haben wir die Rücken auch so gute Straßen gebaut. Wenn es zu Fuß gegangen hat, und alles über die Alpen und durch den Morast, hättest du nie im Leben so ein Riesenreich beieinander halten können. Das ist, man könnte sagen, Straßenbau von der alten Art und Weise, ist ein Gewaltmonopolangelegenheit gewesen. Also eine Häuserzeile wird abgerissen und 1957, also genau 60 Jahre her, und merkt sich das Haus da oben. Ich war inzwischen, seitdem ich gewusst habe, dass ich den Vortrag halten werde, nicht mehr in Leibach, deswegen gehe ich auf Google Street View zurück. Also diese Villa da oben auf dem Vorsprung ist nachher vorhanden. Aber das ist das, was in den letzten 60 Jahren an Mobilitätschancen oder an Mobilitätsinfrastruktur zur Verfügung gestellt worden ist. Ihr seht es ganz gut, da sind die 50er Jahre wunderbar drin abgebildet. Ich habe mangelhafte, weil es mich nicht interessiert, Fußgängerinfrastruktur nicht, kommt auf der Seite, kann dann sicher nicht da hinübergehen, ich muss über ein Stiegel hinaus zu den Häusern, quer da auf fünf Spuren, kann auf der Seite weitergehen, da wird es kein Gehsteck, von einem Radlweg oder sonst irgendwas, keine Spur mehr. Also eine Maßnahme, die in einer Zeit gesetzt worden ist, wo man die Zukunft in der individualen motorisierten Mobilität gesehen hat, aber es ist wahnsinnig schwer, sich von solchen massiven Einschnitten zu erholen. Stellt euch vor, das haben wir ja bei uns permanente Diskussionen, nicht Maria-Hilfer-Strauss, nicht? Wow, Weltuntergang, hat die Wirtschaftskammer prophezeit und es hat auch stattgefunden, nein. Aber wenn ich eingesessene Rechte, wo dann jeder glaubt, das ist immer schon so gewesen und das werden wir ganz sicher jetzt nicht mehr verhalten, wenn ich das versuche, wieder zurückzuschneiden, quasi zu beschneiden, in Richtung Vernunft, wahnsinnige, wahnsinnige Schwierigkeiten, wahnsinnige Aufwände, nicht so sehr baulich, aber vor allem beim Überwinden der mentalen Barrieren in der Gesellschaft. Nach dem Bildeln wieder ein paar Einfallgedanken. Es ist ja, will ich vom Artefakt zum Systemverständnis gehen, muss ich was machen und muss lernen, was System überhaupt bedeutet in diesem Zusammenhang von Artefakten. Ich meine, es ist schön und gut, wenn ich das Ganze theoretisch jetzt gesagt habe, was ist ein System, aber wie könnte ein Weg sein, das zu schaffen oder woran würde ich das ausmachen? Jetzt, was wir gesehen haben, sind so quasi die einfachsten Design-Elemente, die als städtebauliche Grunddesign-Parameter verwendet worden sind. Das ist, wenn der alte Siedlungskern oder die alten Siedlungsgebiete nicht in diese Idee vom Regelquerschnitt hineingepasst haben, hat man nicht den Regelquerschnitt angepasst oder die Verkehrsanlage, sondern hat die gebaute Struktur quasi damit niedergebracht. Das heißt, das waren sehr, sehr einfache Design-Elemente, eben diese Querschnittselemente und die sind im Vordergrund gestanden und zwar ziemlich lang, also Auto erfunden, erste Autofahrt, Daimler-Benz 18 irgendwas, 1880, 1898, sowas in der Größenordnung und in den USA beginnend bereits ungefähr knapp vor dem Ersten Weltkrieg, ist alles diesen, bei uns Gott sei Dank erst nach dem Zweiten Weltkrieg, war das absolut im Vordergrund und keiner hat irgendwie darüber nachgedacht, was wirklich damit, was löse ich damit aus. Sondern es ist einfach so, so ähnlich wie heutzutage die Mobiltelefonie, nicht? Jeder verwendet, tut hin und her, die Leute rennen herum, wie, weiß ich nicht, fair gesteuert könnte man durchaus meinen, die Industrie freut es, keiner hinterfragt es wirklich, also wirklich fundiert und auf breiter Basis, was können wir uns erwarten von diesen Verhaltensänderungen? Was geht denn das in der Gesellschaft? Nicht abgesehen jetzt von, dass es ein Ding mehr gibt, wo man beim Vortrag nicht aufpassen kann. Okay, gut, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ins Mobiltelefon schaue oder in die Decke, ist ja wurscht. Aber was für Veränderungen führt dieses Einführen einer technologischen Vorrichtung in die Verhaltensänderung? Ich hätte sie beleidigt, falls ihr mit dem Telefon herumgearbeitet habt. Gut, das heißt, diese Systemkomponenten, die waren einfach versperrt drauf. Man hat einfach, wow, super und mehr von dem und machen wir das und genauso in die Richtung geht es, ohne darüber nachzudenken, was hat das für, also das nennt man Technikfolgenabschätzung, was hat das für Folgen? Was könnte das für Folgen haben? Man weiß es ja in Wirklichkeit immer erst im Nachhinein. Und dass man diese Folgen, diese Systemwirkungen erkennt, das braucht immer Zeit. Könnt ihr euch erinnern? Also ihr zwei könnt euch sicher erinnern, an die 80er Jahre als Wahnsinn, wir werden mit dem FCKW uns die Ozonschicht in die Atmosphäre blasen, mit den FCKW aus den Spraydosen und den Kühlaggregaten der Eiskästen. Das große, gigantische Thema. War ein Riesenthema und hat eine Zeit lang gebraucht, bis die Wissenschaft draufgekommen ist, was das für Wirkungen hat, welchen Zeitverzug das Ganze hat, bis das oben ist. Das Ozonloch ist mehr oder weniger in der Größenordnung schon noch da, oder wird erst langsam wieder kleiner. Aber da ist eine Zeitverzögerung da hinten. 20, 30 Jahre, weil wir so lange brauchen diese FCKWs, bis sie raufkommen, bis das wieder aus der, durch Gesetze und entsprechende Regulierungen quasi aus dem System wieder rausgebracht hat, so dass diese FCKWs nicht mehr emittiert werden, das braucht seine Zeit. Ähnlich mit den Schwiebelemissionen, nicht? Ostdeutschland oder der Harz, also dieses Grenzgebiet zwischen BRD und DDR, war ja durch die, durch die Braunkohle-Emissionen, war ja großteils entwaldet. Da haben wir gesagt, na Wahnsinn, wenn wir so weitermachen, werden wir demnächst ausschauen wie ein Mars oder auf der Venus. Keine Bewaldung mehr, nur mehr eine Wüstenlandschaft. Hat auch seine Zeit gebraucht, bis Gott sei Dank ist die DDR eingegangen und man hat nicht so viel Braunkohle mehr verbrannt. Aber wenn man an das denkt, zum Beispiel, der Trump will wieder Clean-Kohl erfinden, was das für Auswirkungen hat, so massive, massive Eingriffe, braucht man Zeit dafür und man braucht vor allem eine gewisse Perspektive, um darüber nachgedacht zu haben. Das heißt, es ist eine Riesenherausforderung, Systemwirkungen zu erkennen, wenn man mit, wie soll man sagen, der Verlockung der Artefakte beschäftigt ist. Und, es ist im Verkehr ganz, ganz, ganz stark wirksam, es gibt eine historische Fahrtabhängigkeit. Ich habe einzelne Artefakte und die produzieren mir veränderte Baurelemente, so wie an den Beispielen der Straße vorhin in Leibach. Bis ich das wieder verändert habe, vergeht ein, zwei, vielleicht sogar drei Generationen. Je nachdem, wie mutig man ist, wie stark der Leidensdruck ist. Wieder ein paar Beispiele. Wie kann man Mobilitätsraum designen? Man kann sich doch ganz gut vorstellen, was die Stadtverwaltung bei dieser Autobahn in Sao Paulo im Sinne hatte. bei der benachbarten Bevölkerung haben Sie es nicht imstande, viel mehr zu sagen, als geht es scheißen. Uns interessiert 10 Spuren, oder wie viel sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 10, 11. 11 Spuren, Durchzugsverkehr. Ob das jetzt für euch gut ist, für die Luft, ob das gut ist, für die Trennwirkung. Kennt ihr überhaupt eure Nachbarn? Es gibt vom Lukas Resetal jetzt den Witz von der Brünerstraße nicht, wo alte Leute auf der einen Seite geboren worden sind und auch dort wieder gestorben sind, weil sie nicht drüber gekommen sind. So kann ich Mobilitätsräume gestalten. Ich kann sie aber auch ganz anders gestalten. Und das ist genauso eine Mobilitätsräume. Und es gibt keine, oder sagen wir mal so, es gab früher eine Wertung. Das ist wichtig, da gehört viel Geld eingesteckt. Das ist prioritär. Das ist halt Beiwert. Aber das ist ja nicht nur ein reiner Mobilitätsraum, das ist in Möllinger Glanzplatz, sondern da habe ich viele zusätzliche andere Nutzen und Zwecke, die ich erfüllen kann. Das heißt, weil ich da ein relativ moderfunktionales System habe, habe ich da ein absolut, könnte man fast sagen, multifunktionales System. Ich kann mich darüber hinweg bewegen, ich kann dort einhalten, ich kann bei der Trafik was einkaufen, alles da abgestellt. Das heißt, die Vielfalt des Lebens kann sich dort eher abstellen als da. Ich versuche aber dort, die Vielfalt des Lebens irgendwie umzusetzen. Entschuldigung, aber es ist ja auch die Frage, was für ein klarer Allgemein St. Paulus lebt, wenn er neuner sind würde. Absolut richtig. Ganz ein bescheidenes Beispiel. 32 Millionen gegen 25.000 Einwohner. Ja, ist richtig, aber ich hätte genau dasselbe machen können, weil das Foto da noch viel grauslicher ist. Ich gehe 10 Kilometer weiter weg und nehme das Foto von der Südautobahn, wie es an Mödingen vorbeigeht. War da noch eine Frage von Ihnen? Nein. Oder das Beispiel aus Toronto. Das ist die Zufahrt, also Union Station Hauptbahnhof von Toronto, der ist da hinter dieser Fußgängerbrücke. Was sagt einem heranreisenden Fahrgast dieses Bauwerk? Außer es ist so quasi die Rückseite, die es einem zeigt. Ist das ein qualitativer, ist es notwendig, dass ich da einen qualitativen Lebensraum habe? Ich kann es mir eigentlich erlauben, weil große Verkehrsanlagen sind, wo mit relativ hoher Geschwindigkeit vorbeigefahren wird, solche Paläste der Einfalt anzubieten. Es ist ja schon schwer genug, also ich meine, da sieht es ja jeder ein. Da sieht es ja mehr oder weniger jeder ein. Das ist nicht besonders herausragendes städtebauliches Design. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Maria-Hilfer-Straße gehe und sage, na ja, so wie ich mir dieses Gebäude dort gesagt habe, na hab mich gern, interessiert mich nicht, alles was interessant ist, ist auf der anderen Seite, gibt es ja bei der Infrastruktur auch eine gewisse Sprache, die den Menschen erzählt, was halten wir von dir oder was hält der öffentliche Raum von dir, was ermöglicht der öffentliche Raum, wie sollst du dich da verhalten? Und das ist ja, da drin ist, deswegen habe ich das am Anfang versucht, besonders hervorzuheben, da ist wahnsinnig viel Information drin. Das erste Glied, die erste Teilkomponente vom Verkehr ist Information. Der öffentliche Raum erzählt mir da irgendwas. Und das mit die Sprache, die der öffentliche Raum hat, sprich, die Aufteilung der Verkehrsspräche, die Gestaltung, die Breitenzuteilung, was auch immer, erzählt er eine gewisse Sprache und produziert ein gewisses Verhalten. Wenn ich das umdrehe und verändere, verändert sich das Verhalten. Ja, bitte. Ob es sich das Verhalten der Autofahrer ändert oder der woanders an? Ich danke herzlichst für diese Frage, weil das ist im Regelfall das große Problem. Ja, wo werden denn die dann fahren? Die müssen ja irgendwo hin. Das wird ja häufig dargestellt, als wie beim Autoverkehr eine unabdingbare Naturgewalt wäre. Das ist so quasi da, es rennt und ich kann nichts tun gegen einen rennen, sondern ich muss dafür sorgen, dass das Wasser abfließt. Das stimmt ja nicht. Das ist ein reaktives, komplexes System, die Gesellschaft. Was für ein Angebot biete ich an? Da gibt es entsprechende Verhaltensänderungen. Ja, natürlich. Es wird auch ein gewisses Ausweichverhalten geben, aber das Geile an solchen Sachen ist, das ist ja unser Labor. Wir haben keine gescheiten Labormöglichkeiten für die Physiker, sondern du musst wirklich was Riesengroßes umsetzen und vorher messen, nachher messen. Und die Stadt Wien hat gemessen, im ganzen Straßenwerk rund um die Maria-Hilfer-Straße und überall der Ausweichverkehr hat als solcher nicht stattgefunden. Da sind die Zahlen nicht gewachsen, mit Ausnahme von drei kleinen Straßenabschnitten, aber der überwiegende Teil der Straßen ist runtergegangen, die Anzahl der Fahrzeuge. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen stärker, Weiß ich nicht. und parallele Straßen oder so. Das ist aber auch eine Sache der Zeit. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, das ist ja kein binäres System. Ich verändere mein Verhalten, wenn ich es überhaupt verändere, nicht von jetzt auf später, auf sofort, sondern es braucht einen gewissen Zeitverlauf. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ja, ist die größte, wie soll man sagen, ist eine große Furcht vor Veränderung, aber die Beispiele der Vergangenheit zeigen, es ist nicht so arg. Bitte. Ich habe nur ein Beispiel eigentlich in Wiener Marschner, wenn man eigentlich die Leitstadt schon einen kompletten Fußgänger zu Ende gemacht hat, und das ist eine kompletten Sterbung aller Beschäftigten, und da haben glaube ich 80% zugehört. In der Futsu? Ich würde eher sagen, wie schaut es daneben aus auf der B17? Sind Sie hinausgegangen vom Hauptplatz auf die B17? Nein. Das ist ja auch vielleicht ein wohnender Blinkermann. Also ich meine die ganzen Einkaufszentren in Wiener Marschner Achso, ja, ja, das ist natürlich, ja. Aber niemand fragt in die Stadt. Die Wiener Neustädter Gemeinderat hat sich den Strick um den Häus geleckt und fest angezogen. Das Phänomen gibt es in vielen Städten, die haben Fußgängerzonen gebaut und gleichzeitig außerhalb von den Städten riesige, also Eisenstadt ist ein super Beispiel, riesige Einkaufszentren wo du Achtel umsonst hast und so weiter und die Leute kaufen alle dort ein weil es viel billiger ist, weil es nicht erreichbar ist oder die Leute die in der Stadt wohnen fahren extra dort hin um ein Achtel Butter oder einen halben Liter Milch zu kaufen weil sie vielleicht zwei Zent sparen dadurch sind die Innenstädte gestorben langsam und jetzt versuchen sie nach 10-15 Jahren kommen sie drauf wie böse das weil jetzt versuchen sie wieder die Innenstädte zu belegen Das ist natürlich schwierig weil die Einkaufszentren heißt die richtige Behandlung wäre Sprengung aber da gibt es Eigentumsrechte und geht halt schwer da haben sie riesige Flächen also hunderte Quadratkilometer haben sie zubetoniert für Parkplätze das ist ich weiß die Zahl nicht auswendig aber Österreichs Oberfläche wird im Ausmaß von ich weiß nicht 20 Hektar täglich zubetoniert und asphaltiert das ist ja unglaublich das ist hauptsächlich Mobilitätsflächen weil im Regelfall also steigen die Mobilitätsflächen steigen schneller als die als der Zuwachs der Bevölkerung ist gut kommen wir zu den ich habe das genannt Design Determinanten also was determiniert wie welche Mobilitätsräume entsprechend genutzt werden wenn man zum Beispiel diese Autobahn den Sauer Paul hernimmt dann ist die nur mit besonderer Vorrichtung sprich mit einem Auto gescheit benützbar auch so dass man am Leben bleibt wie häufig hört man in den Nachrichten auf irgendeiner Autobahn ist ein Auto liegen geblinkt steigt einer aus wird vom Nachfahrenden überfahren hört man relativ häufig in den Verkehrsnachrichten Fußgänger verlieren sich dort nicht hin klarerweise es ist nicht interessant und es ist gefährlich auf der anderen Seite habe ich auch in den Fußgärzonen sehr spezifische Design-Elemente die fürs langsame fürs aufrechte gehen geschaffen worden sind jetzt ist natürlich die Frage kann man diese Design-Elemente und diese Benützung kann ich das austauschen ist das kann ich das wie soll man sagen kann ich das miteinander funktioniert die eine Benützungsmöglichkeit in der einen Infrastruktur und umgekehrt ich meine und das war ja schon vorher der Hinweis dass das mit der Geschwindigkeit und der Information zusammenhängt nein es geht nicht weil mit der Geschwindigkeit mit der ich mir über eine Autobahn fahre bewege muss die Informationsdichte ganz gering sein sonst könnte ich mit dem Tempo nicht fahren weil mir das Auto die Oberflächeninformation permanent heranrüttelt fällt sofort das Geschwindigkeitslevel hinunter durch eine Engstelle durchfahren da kannst du physikalisch mit Lichtgeschwindigkeit durchfahren wenn es geht aber unsere Sensorik sagt dir langsam da ist viel Information müssen wir runter vom Gas ich meine wenn du einen Millimeter Luft hast kannst du mit der Lichtgeschwindigkeit oder so schnell das Vehikel sich fortbewegt tue deswegen wenn so Determin Anwendungselemente würde ich das nennen von Straßenraumdesign ein gutes Beispiel das ist glaube ich aus dem 23. Bezirk eine Einbahn Radfahren gegen die Einbahn eine total luxuriöse Einfahrtsschleuse würde man sowas nennen auf der einen Seite da ist auch viel Platz da kann ich so das klassische Ingenieurverständnis sagen ja okay da kann ich sowas einbauen da kann ich dem Radl entsprechende Priorität geben wie schaut das da das ist noch die Verdeutlichung Radfahrt in die eine Richtung Kfz in die andere Richtung aber wie schaut das bei diesem einen Strattl aus wo ist da die Priorität gesetzt da ist der Radlweg das ist bei mir zu Hause im Bahn da ist der Radlweg ungefähr 50 Zentimeter breit einfach nur weil das Auto muss ja durchpassen wir brauchen einen Vorstreifen in die Gegend die Einbahn das ist ja alles eine Frage der Prioritätensetzung keinen Zwang dass ich sage okay ich muss dieses alte ingenieurliche Verständnis anwenden das Bild werdet ihr sicher kennen der Meister der wie soll man sagen Radverkehrskommunikation der Michael Kohl-Willandersen der betreft ein wie soll man sagen ein Kommunikations und unter Anführungszeichen Planungsbüro in einem Block Kopenhagen-Eis und EU also machen wir Siedlungen so wie Kopenhagen-Sieren wir sie und der hat ein wunderbares Beispiel gebracht so sollte eigentlich ein zukünftiges Verkehrssystem sollte solche Wegeführungen haben gerade und ohne besondere wie soll man sagen Kurven ohne besondere Hindernisse Klimasverkehr Fußgär ÖV auch noch und dem Auto sollte das zugemutet werden was heute quasi den anderen zugemutet wird nicht wenn ich mir das aber ein Beispiel Wien anschau Schönbruder Straße wie die drei Spuren statt einwärts drei Spuren statt auswärts angelegt sind und wie der Radlweg was der für Windungen macht ähnlich Gehirnwindungen oder Darmwindungen stellt sich da die Frage überhaupt wo da die Priorität gesetzt worden ist und es ist nicht schlecht einen Radlweg anzulegen aber ist es ist sowas was Gutes und vor allem der Punkt ist auch worauf ich hinaus will ist das ist eine Anordnung von Artefakten alle entsprechen sie den Richtlinien die Breiten passen vielleicht passen auch die Radien aber die Anordnung untereinander ist nicht unwesentlich es reicht nicht dass alle Elemente wie soll man sagen den Richtlinien entsprechen sondern wie ist die Anordnung untereinander und damit komme ich zu der Geschichte dass ihr designt sehr wahrscheinlich oder werdet wahrscheinlich oder der Christen weiß ich zumindest designt Elemente des alltäglichen Gebrauchs also so weiß nicht Kaffeemaschinen wenn sie das Zeug nicht verkauft war sie das Design wahnsinnig gut oder wenn sie es gut verkauft dann war sie das Design diese Skala von Herrn Rams erfüllt das ist ja bei uns Baulingenäuren die wir die öffentlichen Räume gestalten fast genau dasselbe man braucht ja nur schauen was sich der Baulingenieur gedacht hat er hatte so wie das CAD-Programm die rechten Winkel ins Recht gelegt hat hat sowas gemacht User Experiences ganz anders herum auch da das ist auf dem Eurovelo 9 in Lachsenburg da ist eine Straußen ich stehe auf der Lachsenburger Straußen ja natürlich da müssen wir zur Sicherheit müssen wir was einführen aber welcher Mensch heilt sich an das denn ihr seht das ist eine Spur dieser eine hat so gedacht die Planung wir müssen die Leute zu diesem Verhalten bringen tatsächlich jeder der halbwegs im Stand ist die Information wie sie hält Fahrrad aus umzusetzen war dran vorbei das ist Planung für den Müllkübel bitte aber warum gibt es das in Saison wo dann keine Autos umfahren nein das ist das ist ein Radlweg der Eurovelo 9 ist sehr sehr stark frequentiert und da habe ich eine relativ stark frequentierte Straße warum das genau ist weiß ich nicht ich kenne den Planer nicht aber vor Kindergärten und so immer Zurückhaltung da bei der Brücke Tempo ausnehmen und zwar immer im Regelfall bei den schwängsten Verkehrsmitgliedern man kann ja genauso eine Schikane für den Autoverkehr auch machen dass Tempo rauskommt wenn man halt ein bisschen größer so das herumkommen spricht ja nichts dagegen Tempo Aufmerksamkeit da alle oder ich habe zum Beispiel Aufplasterungen ist ja auch ein wahnsinn das ist ein bundesdeutsches Beispiel ich weiß nicht genau wo es her ist aber was für eine aufwendige Anlage wahrscheinlich einer designt tage oder stunden lang hat ein höchstes Problem im real life so vollkommen gaga oder da das ist vor allem Einkaufs also vor allem in Hofer da sieht man das der arme der grünen mit dem grünen Sattel hat Kastange mehr gefunden hat sich da herstellen müssen wo alle anderen nicht parken wollten jetzt wenn ich der Verkäufer oder Designer von diesen Fahrrad Abstellplätzen bin und ich sehe sowas was muss ich als erstes machen wenn ich denke ja das Design ist wahrscheinlich ein Dreck jeder hat irgendwo freiwillig hin nur nicht da her oder das wunderbarer der sicherste Zebrastreifen auf der Räupe zwar temporär nur abgesperrt aber hin kommst sowieso nicht genauso hier das ist Kroatien das ist glaube ich auf Gran Canaria und wo das her ist weiß ich nicht die Frage die wir uns jetzt aus der Designperspektive stellen müssen ist passen diese Kriterien vom Herrn Rams alle auf solche Saugen ja ehrlich ist zum Beispiel schon wenn du da oben sagst okay Zebrastreifen wenn man da hinstellt aber bitte bleib lieber fern weil es ist in dem Gordon da ist eh viel schöner bleib auf der anderen Seite vom Buseisernen Tür und was man sich auf jeden Fall denken muss es ist natürlich eine wunderbare Anleitung von einzelnen Artefakten aber das minimale Systemverständnis fehlt demjenigen der die angeordnet hat und das sollte man schon merken bei so wie soll man sagen einer übergeordneten Kategorie wie es fällt die Usability kann das nicht verwenden das heißt bei den Artefakten ist das unmittelbare Vielfält zur Brauchbarkeit ist vorhanden ganz was hat man jetzt gesehen an den abgeschnittenen Wegen aber wie schaut es bei der Systemebene aus nicht sieht ich das dort genauso gut und ich meine ja dass man das auch sieht allerdings man muss lernen diese Sprache zu verstehen und auf den richtigen Punkt hinzuschauen und man muss sich dessen bewusst sein dass es komplexer ist als auf der Artefaktebene was das System mir erzählt ich brauche entsprechendes Hintergrundwissen um das zu deuten und ich brauche im Regelfall Werkzeuge weil unsere Sensorik ist nicht so gut ausgestattet um komplexe Systembeziehungen zu messen zu sehen wenn ich mir das anschaue Dubai wie soll man sagen der Moloch der modernen Verkehrsplanung amerikanisches Planungsverständnis mit zu viel Geld und zu viel Platz produziert solche Art dystopische Geschichte ist auch das Problem einer Perspektive wenn ich alles von oben plane und nicht aus der Fußgänger-Sicht produziere ich solche Kinderzeichnungen mit schönen gebundenen gewundenen Linien in der Nacht schaut es vielleicht super aus und interessant oder aha ok gut aber was alles damit dahinter verbunden also dahintersteckt Energieverbrauch Abhängigkeit Automobilabhängigkeit Treibstoff das ist in die Design wie soll man sagen in die Design Premisse nicht hineingegangen und dann passiert das wahnsinnig super designt worden ist aus der Vogelperspektive und in der Realität geht's nicht geil Gridlocks die Autobusse legen die Kreuz und Plan und funktioniert also das ist ein chinesisches Beispiel das erste gewesen das ist ein russisches Beispiel herrlich nicht super und was lernten wir jetzt aus sowas wenn ich sage ich habe eine Design Premisse und ich habe die Realität und die beiden Dinge stehen im Konflikt wer hat recht beziehungsweise wer irrt sich wir haben oder uns dem neuen Verständnis der Verkehrsplanung drängen sich da zwei Fragen auf also eben wenn meine Designannahmen sich in der Realität nicht bewähren dann ist nicht das Verhalten das falsche sondern sind meine Designannahmen eine Blödsinn und die zweite Frage die sich einem stellen sollte ist naja jetzt habe ich so viele Artefakte aneinander gereicht und es entsteht ein Phänomen der Stau könnte es sein dass das auf einer Systemebene auch ein Designelement ist der Stau und nicht nur ein Problem sondern wir also die verantwortungsvolle Verkehrswissenschaft und Verkehrsplanung betrachtet ja den Stau nicht als Problem das man auflösen soll sondern eigentlich als dosiertes Designelement ja ihr braucht es aber ist ja vollkommen eindeutig klar nehmt ihr eine Klospülung ja nicht dort ist ein Stau der Wasserteilchen drin oder in der Klospülung im Spülkasten gibt es einen Stau an Wasserteilchen oder wenn ich jetzt mit dem verkehrsingenieurlichen Gedankengang dem klassischen herangehen würde ist ich mache nicht die Spülung mit dem Schwimmer und dem Ventil sondern ich mache das auf und dem Wasserteilchen wird der Stau genommen sie können sich fortbewegen was jedem Ingenieure klar ist ich überschwemme damit die Wohnung so eine Klospülung wird sie nicht wahnsinnig lang verkaufen oder wird nicht ein Renner werden ist den Bauingenieuren den Verkehrsingenieuren vollkommen unklar da ist immer auf noch mehr schaut euch die Straßen an ich glaube das ist in Moskau dass das die Moskau ist da haben wir ich will es nicht zählen 12 Spuren was auch immer keine Straße ist so breit gebaut worden sondern es sind immer mehr Spuren dazu getan worden Häuser abgerissen worden wenn man geglaubt hat naja ich werde diese Artefaktenspuren aneinander rein und dann wird schon irgendwann einmal wird sich das System so verhalten wie es soll ich habe das Problem nur vergrößert wie lange haben wir bis um 6 ich befürchte es sind 4-5 Folien sind es noch also der Übergang vom Artefakt zum System ist und das sind jetzt ähnliche Folien wie könnte man das vom Artefakt zum System wie könnte man diesen Übergang schaffen und das ist aus einem von Dennis Meadows der vielleicht bekannt ist amerikanischer System Umweltsystemwissenschaftler der sich sehr viel damit auseinandersetzt wie könnte man der zum Beispiel diesen weltberühmten Bericht an den Club of Rome das ist mittlerweile über 30 Jahre her mit seiner Frau und dem Jörgen Randes geschrieben hat der sich damit auseinandergesetzt hat wie funktionieren Systeme und wie kann man sie beeinflussen dass sie sich in eine Richtung verändern in die man haben will und nicht in die gegenseitige und in dem Buch das er mit der Frau Swinney geschrieben hat wie könnte man jetzt den Übergang schaffen wenn jemand nur die Perspektive Artefakt hat wie schafft er das auf System Sichtweisen also wie schaffe ich diese Transition von ich sehe nur diese Dinger die Einzelnen sehe aber nicht diesen Zusammenhang und naja klarerweise und das ist ja eigentlich fast das Resultat von dem Ganzen ist man muss das gesamte Bild betrachten und nicht nur die Anordnung der einzelnen Artefakte das ist wie soll man sagen könnte man fast sagen eigentlich das Resultat aber wie komme ich dazu ist zum Beispiel indem ich Perspektiven ändere um zum Beispiel neue Wirkungsmechanismen zu erkennen vor allem in komplexen Systemen wo ich sage von der einen Perspektive schaut es ganz anders aus wie von der anderen relativ erfolgreich oder erfolgsversprechend wie sind die Zwischenbeziehungen wie sind die Zwischenabhängigkeiten von bestimmten Artefakten untereinander kann ich die identifizieren kann ich die dann beeinflussen ich habe ja in einer planenden in einer planenden in einer planenden Zunft gibt es ja ein mentaler Modell oder eigentlich jeder hat ein mentales Modell wie schaut meine Welt aus was ist mir wichtig was ist interessant und genauso sind die Planenden mit einem gewissen mentalen Modell ausgestattet früher war es halt rein der Querschnitt mittlerweile haben wir es geschafft dass doch komplexere Weltbilder und komplexere Verständnisse vorhanden sind aber die produzieren irgendeine die produzieren Zukunft wenn man das Beispiel von den abgerissenen Häusern in Leibach her nennt das mentale Bild das damals vorgeherrscht hat ich brauche langgezogene ungestörte Autofahrbahnen für den Autoverkehr hat bis heute die Zukunft gestaltet und wird es auch noch eine Zeit lang gestalten weil die Schritte zurück oder die Schritte weg davon so viel schwieriger sind immer langfrist Betrachtungen das ist relativ leicht kurz etwas aus Daten kurzfristige Daten herauszuholen aber was vielleicht in der kurzfristigen Betrachtung als eine ganz rapide Entwicklung ausschauen kann ist ist im Regelfall nur ein Problem dass ich nicht lang genug zurückgeschaut habe und sehe darauf naja es ist Räuberbeute Beziehung wir stürzen nicht ab wir explodieren auch nicht sondern es ist in einer langfristigen Betrachtung es ist ein Auf und ein Ab und dann kriege ich ein vollständigeres Bild wenn ich eine längere Zeit dazu mache nicht nur in die also in die Länge sondern auch in die Weite zu gehen also mehrere Teilsysteme miteinander zu betrachten also nicht nur wie kann ich jetzt die Kreuzung noch präziser designen sondern schauen was hat das für Auswirkungen in der Soziologie wie schaut es zum Beispiel mit der Begrünung Sauerstoffgehalt sonstigem aus naja und dann wenn ich mich mit Systemen auseinandersetze ist immer die Emergenz von Eigenschaften die die Einzelkomponenten nicht miteinander und was haben die für Konsequenzen oder sagen wir mal so was kommt hervor kann ich das antizipieren was ich nicht geplant habe also was nicht intendiert ist und wenn ich wichtig auch den Connect zu schaffen ist das was da an Konsequenzen entstanden ist hat das mit meinen Maßnahmen irgendwie zu tun oder kommt das von woanders her gut da gehen wir ein bisschen schneller drüber und natürlich ja kontroverse paradoxer das ohne das wirklich schnell zu lösen gut zwei Handlungsanleitungen wie man den Übergang vom Artefax zum System schaffen könnte wir haben nehmen wir mal eine Skala an wo die Komplexität der betrachteten Systeme zunimmt und ich habe zunehmende emergente Eigenschaften das heißt Eigenschaften die aus den alleinigen Bestandteilen nicht zu erklären sind sondern aus dem Wirken der Komponenten unterern dann habe ich jetzt in dieser sprachlichen Definition wie wir sie heute gewählt haben und ich sage okay ich habe punktuelle Artefakte ich habe keine Ahnung ein Kreuzungsdesign ich habe zum Beispiel eine lineare Anordnung dieser Querschnitte wie wir es zum Beispiel da jetzt bei dieser grünen verwirbelten Linie des Radwegs im Wintal gesehen haben dann habe ich schon eine Netzbetrachtung also quasi die Anordnung von linearen Artefakten die aus punktuellen Artefakten entstanden sind und das Ganze wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe und sage okay ich betrachte nicht nur das Netz und bleibe nicht in meinem wie soll man sagen in dem Netz im Verkehrsnetz drin sondern sage okay genau eine Zoomstufe hinaus sondern betrachte was hat das Verkehrsnetz für Auswirkungen auf Baumbewuchs Temperatur also Temperaturentwicklung im Sommer was hat das für Auswirkungen auf weiß ich nicht Immobilienpreise alles mögliche man muss sich halt das Ganze gewahr sein dass gehe ich jeweils eine Stufe weiter und ich sage nicht dass das endgültig so ist sondern es wird vielleicht Zwischenstufen auch noch geben die das besser definieren sondern es sind auf jeder neuen Stufe andere Eigenschaften die ich vorher nicht gehabt habe das was Emergenz ausmacht wenn ich denn diesen Übertritt von den Einzelartefakten zu den linearen Artefakten also zur linearen Abbeutung von Artefakten zu einem Netz sprich jeweils additiv aufeinander aufbauend weil ich das einmal geschafft habe und diese diese neuen Eigenschaften auch imstande bin zu identifizieren da ist schon sehr sehr viel gewonnen wenn nochmal dieses Beispiel von dem Radweg im Winter ich habe überall mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die richtigen Klärschnittselemente als den Richtlinien entsprechen ein wesensgerechtes Angebot so dass der Radfahrer als Fahrzeug das benutzen kann ist es bei weitem noch nicht ein zweiter Versuch das zu erklären wie kam ich vom Artefakt zum System das ist eine weiterentwickelte Grafik vom Professor Knoblacher die auch bei Harald Frey einer meiner Kollegen mit der der gearbeitet und weiterentwickelt hat unser Verhalten produziert Daten wenn ich da rausgehe und mit dem Auto fahre gibt es Zählstellen oder ich fahre mit der U-Bahn und werde gezählt oder ich Passagierzählungen oder was auch immer das produziert ist das Verhalten also das Verhalten produziert Daten jetzt ist dieses Verhalten hängt nicht in der Luft nicht in der Luft das hoffe ich doch dass ich das jetzt halbwegs euch den Hinweis gegeben habe dass das Verhalten nicht frei gewählt ist sondern sehr sehr stark von der gebauten Struktur abhängt ist das heißt wenn ich weiß dass diese Strukturen das Verhalten produzieren und aus dem Verhalten ich die Daten ablesen kann muss ich unbedingt den Kontext schaffen welche Daten habe ich welche Strukturen produzieren diese Daten nicht bestes Beispiel in den 60er 70er 80er Jahren hat man nur im Autoverkehr gezählt und glaubt Wahnsinn unsere Mobilität steigt man hat aber nicht zum Beispiel die weniger werdenden Fußwege die weniger werdenden Radlwege den rapide einfallenden öffentlichen Verkehr das hat man alles nicht mitgezählt das heißt da war man auf dem einen Auge blind und glaubt Wachstum ganz berauscht von dem Ganzen hätte man das Bild größer aufgespart man hat gesagt ok welche Strukturen habe ich geschaffen welche Daten produzieren die und bilde ich mit diesen Daten diese Strukturen vollständig ab dann wäre vielleicht eine andere Entwicklung möglich gewesen jetzt sind aber diese Strukturen die entstehen ja auch nicht von mir die Brücken da draußen die abgesperrte und die vierspurige Straßen die ist ja nicht vom Himmel gefallen sondern die hat irgendjemand geplant das heißt da ist eine Planung die dafür verantwortlich ist und das was wir also was in dem Diagramm als Strukturen bezeichnet ist würde ich sagen ist das was wir im Verlauf der Folien als Artefaktdesign also das Designen von Artefakten bezeichnen würden und dann gibt es natürlich die Planung kommt ja auch nicht die Ausbildung die Planung die genießen die Lehren die sie daraus ziehen das was ihnen ihre Lehrer erzählen bricht das Bild das mentale Bild was sie haben diese Strukturen die sie schaffen und das produziert allerlang dann quasi aus der Ausbildung produziere ich Daten also wenn ich weiß ich nicht zum Beispiel in den Houston Texas Zähne den Modelsplit also den Anteil der Wege und kommt drauf da werden 96% aller Wege mit dem Auto gemacht kann ich wenn ich mir dessen bewusst bin eigentlich den Schluss ziehen wie die Ausbildung stattgefunden hat ich kenne das Verhalten ich sehe die Strukturen ich weiß wie die geplant worden sind ich bin bei der Ausbildung angelangt und da ist jetzt der Übergang also ein Versuch der Übergang zum Systemdesign naja weil ich nicht nur in den Artefachten herum vorwerken will und bei den Strukturen sondern im System das System ändern will wo ich jetzt bei diesen zwei Punkten ansetze wie schaut die Ausbildung aus und welche Planungsmethoden welche Denkweisen kann ich dort implizieren um diese den Rathenschwanz an nachfolgenden Systemelementen zu verändern wäre ein Vorschlag das ist wir arbeiten mit dieser Grafik sehr häufig um zu erklären ich habe sie jetzt versucht ein bisschen inzudeuteln ich werde das noch bei anderen einbauen schauen wir mal ob man mich leben lasst ihr protestiert einmal vorreifig nicht das heißt ich fasse zusammen letzte zwei Folien man hat jahrzehnte man könnte fast auch sagen jahrhunderte lang eben rein diese einzelnen Elemente diese Artefakte gemacht und die haben ein emergentes Verhalten produziert ob das jetzt verkehrliche Anlagen waren aufgrund von baulichen Normen Fahrzeugentwicklung von der Postkutsche über die Eisenbahn bis zum Automobil und anderen Mobilitätsformen die Systemüberlegung was für Auswirkungen ist das gutes Design in der Systemebene das ist nicht überlegt worden gut deswegen habe ich auch diese zehn Punkte vom Herrn Rams angeführt ich habe euch versucht so Übergänge vom Artefakt zum System und Grenzabsteckungen vorzunehmen ich weiß nicht ob mir das gelungen ist und würde euch mit drei Fragen nach Hause schicken vielleicht gibt es auch noch Antworten davon aber was sind aus eurer Sicht nachdem ich das jetzt vorgetragen habe was sind die Konsequenzen wenn ich diesen Übergang vom Artefakt zum System gemacht habe was bedarf es dafür dass man das gemacht hat also braucht ich weiß nicht mit dem vorhandenen Gehirn des Homo sapiens werden wir das auslangen finden müssen aber wie wie muss ich dort ansetzen und was bringt es weil ich könnte weiterhin Artefakte aneinander rein und schauen was passiert und mit dem mit dem mit dem Cartoon vom Haderer dann würde ich euch in den Abend entlassen Entschuldigung der Haderer wichtiger als meine Kontaktart mit dem mit dem man beachtet das nostalgische Spielzeug Dankeschön mit dem mit dem mit dem mit dem